hallo meine freunde der sonne da sind wir wieder und der liebe tristan hat sich mal wieder gewünscht dass ich mal wieder auf creepypasta punch reagiere witzige story ich höre mir eigentlich voll oft abends also voll voll auf den sinne von wenn ich abends irgendwie noch mal munter werde mache ich meistens dann immer zum einschlafen die passer punch an weil sie mag ich irgendwie früher mythenakte aber ja nie mehr so krass und tristan hat sich gewünscht dass mehr mal auf das projekt abigali geil geil reagieren von area 51 ja da gucken wir jetzt einfach mal rein vor einigen tagen habe ich von zuschauern nachrichten bekommen dass ich mir doch einmal ein ganz besonderes menschen experiment ansehen sollte ein menschen ex der gesund aus viele wahrscheinlich noch nicht gehört haben jetzt wisst ihr ungefähr wie ich außer ich weiß nicht woher das bild von mir hat aber so sehe ich aus wenn ich früh aufstehe es geht um ein experiment was extrem grausam sein soll und angeblich in der area 51 durchgeführt wurde heute sprechen wir einmal gemeinsam über das abigail projekt oder das abigail projekt und die gruseligen dinge die damit zu tun abigail projekt okay meine ganz kurz wird schon gerne den topf werfen seid ihr auch solche verschwörungstheoretiker die sich so sagen ja bei area 51 werden also mit experimenten nicht so aber ich kann mir gut vorstellen dass in area 51 sachen drin sind die nicht unbedingt die menschheit erfahren sollte dazu gehöre ich auch aber ich habe kontakte dahin die leider nicht aber wäre schön wenn mich mal von area 51 jemand anschreiben würde ich würde gerne für zwei wochen ein praktikum machen nur um die informationen dann nach draußen flattern zu lassen ich bin so einer ich denke mir so ein area 51 das ist ja einer der geheimsten basen du wirst direkt abgeknallt wenn du in der nähe bist und ich würde schon gerne mal wissen wollen was da alles drin ist man könnte jetzt verschwörungstheorien aufstellen ich habe jetzt keine aluhut aber man könnte zum beispiel sagen ja aliens man weiß es nicht man weiß es nicht vielleicht ist es auch eine ganz normale militärbasis wo die nichts besonderes machen außer abends mein kaffee früh trinken oder so vielleicht ist so eine ganz normale ihr wisst schon bescheid alles begann im jahr 1943 damals befand sich die welt mitten im zweiten weltkrieg und deutschland war damals eine sehr große bedrohung auch für amerika man machte sich sorgen dass die deutschen wissenschaftler es schaffen könnten neue und noch gefährlichere waffen zu entwickeln man wusste dass es einige ärzte gab was die ex-war-same menschenexperimente durchführten und die vielleicht langer aus dem vorstanden irgendwelche durchbrüche zu erreichen was biologische waffen angehen würde oder gehen manipulation an menschen und diese ausdauer fähiger zu machen oder stärker zum beispiel angeblich soll in 1943 die amerikanische regierung gesagt haben dass auch sie dagegen angehen wollen auch sie wollten dann menschenexperimente durchführen und selber etwas erschaffen was die deutschen nicht hinkriegen würden eine art soldat der stärker ist als jeder andere den es jemals gab ein soldat der übermenschlich stark ist und dann begann wissenschaftler zu forschen einer dieser wissenschaftler ein doktor namens wesker war immer sehr erpicht darauf möglichst viele erfolge zu erzielen auf dem schild steht bitte betreten sie das gelände und nehmen sie platz und gucken sie die show an steht auf dem schild ich frage mich auch immer so noch heftigere waffen wo also was soll nach einer atombombe noch kommen so was soll danach noch kommen so wenn man wenn irgendwann der atomkrieg kommt so ja gut man könnte noch eine super atombombe irgendwie erfinden so die komplett die ganze welt bevölkern würde oder man könnte eine biochemische waffe erfinden bakterium zum beispiel corona und das gehen manipulieren so dass durch das corona vielleicht doch ein bisschen mehr leute sterben als geplant und natürlich nur auf ein bestimmtes land umleiten das problem ist aber immer bei solchen waffen gerade so ebola was jetzt in afrika in großes thema ist ebola kann auch ganz schnell in das land kommen die sie entwickelt haben oder corona zum beispiel corona kann auch in das ist so einer der größten fälle natürlich und es nicht im labor gemacht da gibt es natürlich jetzt wieder von trump hier von wegen da hat er noch nie aufgepasst ihr habt vielleicht alle mitbekommen hier angeblich hat er noch mal hier bakterien mitgenommen corona bakterien gesagt ja nehme ich mal mit nach hause sprich mal hier bitte rum hier corona du auch ein bisschen mehr sind alles natürlich nur irgendwelche theorien ich glaube es nicht ich glaube es halt weil in ja allgemein in den östlichen ländern ist es ja so mit 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 ja fischmarkt oder lebensmittelmarkt auf offenen straßen keime wie sau und pipa wo und wird da roh alles verkauft und sowas und da geht das halt schnell mal dass da ein neuer virus einfach mal entstehen kann aber das sind halt auch immer so die fragen wer weiß kann ja irgendwann mal kommen und jetzt könnte man sagen ja gut die ganzen verschwörungstheoretiker haben eine waffel was man ja immer sagt aber irgendwann lachen die uns aus wenn ich so sagen ich hab's euch gesagt ich hab's euch gesagt dass corona geplant war also man weiß es ja nicht doch er machte einen großen fehler denn während er einer der führenden und angesehensten wissenschaftler in der area 51 damals war erzählte er nach der arbeit seiner tochter immer alles davon seine tochter hieß abigail wester habe ich auch mittlerweile auch schon dabei zu studieren und sehr interessiert an der arbeit ihres vaters als wir doch kollegen und auch die regierung davon wind bekam dass eben dieser doch dass die irgendwie durch einen autounfall gestorben sind sehr viele gibt zog ich auch eine drucker darüber dass immer leute die nicht nur was von area 51 sondern irgendwas von der amerikanischen regierung liegen wollten die sind immer ein autounfall gestorben oder irgendwie ein herzversagen obwohl die eigentlich relativ jung noch waren ob der west gar seiner tochter immer alle geheimnisse erzählt hatte blieben ihn keine andere möglichkeit als dass seine eigene tochter zum neuen testobjekt werden sollte sie dachten dass wenn sie die tochter als testobjekt nutzen sie damit eine person hätten die alles tun würde die niemanden davon erzählen würde und die einfach gehorsam wäre weil sie eben ihrem vater und auch der regierung vertraut ihr vater wollte das ganze nicht doch er hatte kein mitspracherecht gegen seinen willen wurde die tochter gezwungen an diesem experiment mitzumachen und tatsächlich machte sie auch freiwillig mit sie wollte und dann ging das ganze los der plan war relativ simpel wenn man ihn versucht zu erklären vielleicht kann manche von euch ja die filme über captain america letztendlich ging es darum dass man einen super soldaten erschaffen wollte man wollte mit besonderen substanzen die man abigail spritzte aus ihr eine art super menschen machen ein mensch der viel mehr schmerzen ab kann ein mensch der viel ausdauernder ist einfach ein mensch der man könnte das natürlich jetzt über gen manipulation machen das ist eigentlich auch so ein interessantes thema wo ich mir öfters mal vorstelle wie weiter die forschung noch hinreicht man können das über exoskelette machen diese ja schon gibt aber ich stelle mir das so vor es gibt es zum beispiel verschiedene tierarten es gibt zum beispiel eine qualle wenn die krank ist die an an sich unsterblich ist wenn die qualle krank ist geht die wieder bildet die sich komplett wieder zurück ist dann so eine art fötus wieder und danach bildet die sich komplett wieder aus also somit ist die an sich unsterblich und dann gibt es zum beispiel auch eine zitterale und sowas stellt euch mal vor dass solche gene kann man extrahieren von den tieren und solche gene kann man dann in menschen einarbeiten in die menschliche dna mit rein pflanzen das wäre eigentlich voll das interessante thema so wenn ich mal vor wenn ihr krank seid so armverlust arm ab nur kann ja mal passieren so ihr greift irgendwo hin da war eine kettensäge in den weg arm ab nächsten tag wächst der arm so nach das wäre irgendwie so der cool muss man muss ich unbedingt haben aber selbst wenn wenn wir glaube irgendwann so weit wären was die 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 genforschung die allgemein gerade wie wir schreiten ja enorm schnell voran und gerade so die genforschung schreitet er gerade auch extrem schnell voran und es ist ja jetzt auch schon auch ein bisschen so bewiesen dass selbst die menschen jetzt geboren werden besser mit extrem viel co2 klarkommen und dass viele menschen jetzt auch oder mehrere menschen jetzt älter auch werden also in vielleicht so in 100 200 jahren werden die menschen halt 150 mit 150 jahre so das wäre dann irgendwann der durchschnitt aber selbst wenn was ich sagen wollte selbst wenn wir irgendwann die menschheit so weit kommen sollte dass wir irgendwie uns gehen manipulieren könnten ich glaube das bleibt nur den reichen verwehrt den reichen nicht verwehrt also uns bleibt verwehrt den reichen bleibt halt die die haben zugriff drauf weil sowas würde ich glaube übelst teuer sein aber ich weiß nicht besser ist die sammeln jetzt schon von flaschen für sowas physische kräfte angeht und deswegen nutzte man eben diese strahlentherapie und diese verschiedensten injektionen man wollte herausfinden ob sie dadurch zu einem super soldaten wird und während am anfang dieses experiment die hoffnung extrem groß gewesen ist kam schneller nüchterung auf denn man hatte evigale in einem kleinen raum gehabt um sie genau beobachten zu können doch plötzlich veränderte sich ihr körper aber nicht so wie sie es gewollt hatten ihre haut wurde extrem schrumpelig ihre haare verfärben sich und wuchsen sehr schnell allgemein änderten sich die proportionen ihres ganzen körpers ihre augen wurden größer und auch ihre zähne sollen angeblich gewachsen sein binnen weniger tagen sah seine tochter die vorher eine recht hübsche frau gewesen ist plötzlich aus wie eine grässliche kreatur ein seltsames wesen das quasi nur noch gebeugt laufen kann die wissenschaftler die dort vor ort waren sahen mit an wie dieses junge mädchen sich auf dem boden krümmte und kaum noch als mensch erkennbar war sie war mehr monster oder kreatur als ein mensch der vater hoffte dass man irgendwie das alles noch wieder umkehren könnte und er forschte unermüdlich weiter doch er schaffte es nicht seine tochter war diesem moment verloren gewesen die experimente die an ihr durchgeführt wurden sollen sie in ein monster verwandelt haben die ihren eigenen vater nicht mehr erkannt dieses monster auch nicht mehr so passiert das einzige was abigail den ganzen tag machte war dass sie angeblich bitterlich weinte und wenn leute versucht mit ihr zu reden knurrte sie diese menschen an wahrscheinlich weil sie entweder die fähigkeit zu sprechen verlernt hatte oder weil ihre stimmbänder sich veränderten so dass sie keinen normalen ton mehr herausbringen konnte die wissenschaftler sahen dabei zu wie es von tag zu tag schlimmer wurde wie aus diesem mädchen von tag zu tag ein grausameres monster wurde und tatsächlich soll sie bis zu drei meter groß geworden sein als ihr vater das ganze nicht mehr mit ansehen konnte und es auch nicht übers herz brachte dass man seine tochter umbringen ließ nahm er sich sein eigenes leben er soll einen brief hinterlassen haben nachdem er sich sein leben nahm wo er die regierung gebeten hat dass sie doch bitte möglichst viel geld aufbringen können und versuchen irgendwie seine tochter zu retten die regierung erfüllte ihnen den wunsch dass sie seine tochter nicht töten würden doch sie entschieden sich dazu sie einfach nicht mehr zu füttern jeden tag bekamen sie essen von den wissenschaftlern doch dies stoppte auf einmal am ersten tag wo sie das mädchen nicht mehr fütterten brach sie aus der zelle aus mit einer unfassbaren kraft soll sie die tür aufgerissen haben und dann eben diese facility dieses verschiedensten gebäude verlassen haben und dabei einige wissenschaftler und soldaten auch ermordet haben sie hatte essen gesucht doch wurde später gefunden und wieder festgenommen und dann weggesperrt angeblich soll abigail wesker weiterhin in der area 51 leben angeblich soll dieser raum wo auch das ganze experiment durchgeführt wurde aber stellt euch mal so vor stellt euch einfach mal vor dass es wäre so wirklich echt es gibt es ja überall auf der welt gibt der forschungsinstitute aber auch versteckte forschungsinstitute auch in deutschland es wäre aber dann denke ich mal irgendwo an der ostsee auf einer insel irgendwo inselgruppe versteckt aber man weiß halt auch nie was dahinter steckt ne so die dumm die normale bevölkerung würde davon nie was mitbekommen und wie schon gesagt der bestes beispiel ist halt einfach amerika es gab früher wiki leaks zum beispiel da waren ja auch sachen dabei so da hat man sich auch überlegt wenn das alles echt gewesen ist und wenn das wirklich so gewesen war heftig und aber komischerweise die leute die halt wirklich auspacken wollen diese in so einer abteilung gearbeitet haben von der die menschheit aber die normale zivile bevölkerung nichts wusste ja solche leute die dann was preisgeben wollten sind dann irgendwie immer verstorben und wie schon gesagt da gibt es halt wirklich mehrere reportagen gibt es ja nicht nur eines gibt es wirklich mehrere reportagen darüber da denkt man sich dann halt auch so als als normaler mensch so was ist da passiert was ist da da geschehen es gibt es zum beispiel auch mordfälle finde ich auch sehr interessant immer wieder wo der mörder nie gefunden werden konnte und da stelle ich mir zum beispiel auch öfters mal vor geht doch mal einfach mal ein schritt weiter was ist denn wenn der hypnose fähigkeiten hat der mörder und die frau oder den mann so hypnotisiert hat so krass dass die auf den willen gehorcht aber es gibt hypnose und 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 deshalb vielleicht der mörder nie gefunden werden konnte weil er konnte sie vielleicht übers mikrofon oder über übers handy oder irgendwie befehle geben und sie darauf gehört weil die so manipuliert wird wurde durch die hypnose dass sie sich dann vielleicht hat der mörder gesagt du bringst sie jetzt um oder sowas oder vielleicht hat der mörder in dem moment eine maske es gibt maskenbildner heutzutage die schaffen das dass es so unfassbar realistisch aussieht dass man denkt das wäre die echte haut und sowas und denkt mal soweit nach so wenn man mal überlegt vielleicht der mörder vielleicht war da keine 80 vielleicht hatte der einfach nur eine heftige maske an ist vielleicht masken bilder selbst selber von beruf hat sich eine maske selber kreiert hat leutungen gebracht und danach die maske einfach abgemacht und dann ein anderes gesicht logischerweise gehabt und deshalb konnten solche mörder nie gefunden werden also es gibt schon heftige sachen so auf der welt wo man vielleicht ein bisschen weiter über den tellerrand schauen sollte und vielleicht auch drüber überlegen sollte dass welche alles mit wissenschaft erklärt werden kann es kann einfach heutzutage nicht alles mit vielleicht immer einfach von der wissenschaft nicht so weit oder oder vielleicht ist einfach der punkt es gibt sachen vielleicht auf der welt die man einfach mit wissenschaft nicht erklären kann die man vielleicht mit anderen mitteln erklären muss darf immer noch zu finden sein und hinter schweren eisentüren steckt weiterhin abigail sie wird vielleicht nicht mehr gefüttert aber irgendetwas ist falsch an ihr aus irgendeinem grund kann sie angeblich nicht mehr sterben dies ist das mysterium und die legende um das gruselige menschenexperiment project abigail wie gesagt ich hatte von einigen zuschauern davon gehört und hatte mich auf die recherche gegeben und ich würde jetzt gerne einmal gucken was da wirklich für wahrheiten hinter stecken gab es dieses experiment wirklich gibt es irgendwelche anzeigen dass das ganze passiert ist diese recherche über dieses thema war relativ kompliziert gewesen denn ich fand keinerlei deutsche oder englische quellen es gab ein zwei youtube videos die allerdings relativ schlecht recherchiert waren und einfach nur erzählten dass das ganze hundertprozentig passiert ist doch die einzigen quellen die ich finden konnte waren auf spanischen websites ich habe mich durch so viele spanische quellen durchgetippt um irgendwie etwas herauszufinden über diesen ganzen vorfall doch am ende scheint dahinter nicht zu stecken bei gruseligen urbanen legenden ist es immer schwierig davon zu sprechen dass man eben versucht eine glaubwürdige quelle zu finden doch bei diesem thema gibt es keine glaubwürdigen quellen niemand da draußen hat irgendetwas dazu jemals erlebt es gab keine wirklichen wissenschaftler die irgendwann hervorgekommen sind die beweisen konnten dass sie in der area 51 gearbeitet haben und diese abigail gesehen und diesem projekt irgendwas gelesen haben es gibt nur seltsame hören sagen geschichten irgendwelche legenden die immer weitergegeben wurden dass angeblich abigail der area 51 existiert wie gesagt ich konnte nichts wirklich dazu finden was irgendwie hand und fuß hat keine beweise es gibt nur diese gruseligen legenden von einem jungen mädchen die in ein grausames monster verwandelt wurde mich würde interessieren was ihr von der sache haltet glaubt ihr dass dahinter was steckt oder meint ihr das ganze ist nichts weiter als eine völlig frei erfundene legende eure meinung würde mich sehr interessieren und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten was auch immer ich mache bis dann aber tschüss also ich muss ganz ehrlich sagen ich finde das thema unfassbar spannend wie schon gesagt ist auch wenn es darüber vielleicht keine informationen gibt man weiß es halt nicht man weiß es halt einfach nicht was wirklich darin passiert es wissen nur die leute die da arbeiten und genauso wie auf den anderen forschungsinstituten auf der ganzen welt verteilt das wissen halt immer nur die leute die ja in dem bereich arbeiten die aber sich ja so zurückhalten müssen oder besser gesagt auch kaum familien gründen dürfen und sowas gibt sowas gibt das einfach nicht so viele sachen an die öffentlichkeit kommen weil man verrät sich halt einfach manchmal bei der familie sagt man halt mal das und das läuft da gerade ab und so und ja wie wie sag ich immer so schön der mensch erforscht jetzt schon im weltraum aber wir sollten vielleicht erst einmal unseren planeten richtig erforschen und ich denke mal auf unseren planeten werden noch sachen rauskommen klar also gerade das meer haben wir zwei prozent erforscht wenn wir irgendwann den druck ausgleichen muss irgendwie hinbekommen dass wir tiefer tauchen können ich glaube da kommen noch sachen auf und zu vor allem auch so neue kreaturen neue fisch arten die wir so noch nie studiert haben so noch nie gesehen haben und wer weiß vielleicht ist da unten ein heilmittel für viele krankheiten oder vielleicht ist im tiefen des weltraums beobachtungen schon welche man weiß es halt einfach nicht ich finde sowas halt immer mega spannend und über sowas kann ich mich halt 300.000 stunden über unterhalten ich finde auch viele verschwörungstheorien immer sehr interessant außer natürlich das mit der erde ist eine scheibe oder echsenmenschen das ist immer so aber zum beispiel es gab es ja das sogenannte wow signal glaube ich ist das was dann 1976 oder sowas von weltraum zurückkam man weiß ja nicht was dahinter steckt man weiß bis heute nicht und ja ihr könnt ja mal in die kommentare schreiben was ihr immer so davon haltet von area 51 und von den ganzen verschwörungstheorien also wirklich von verschwörungstheorien wo man sich wirklich mal hinsetzen könnte mal wirklich darüber überlegen könnte ob das stimmen könnte oder sagte von anfang an es gibt es nichts es gibt keine aliens es gibt im meer ganz tief auch keine sag mal bewohner oder oder meeres kreaturen die wir noch nicht entdeckt haben glaubt ihr an so ein sag immer blödsinn nicht oder denkt ihr es könnten noch sachen rauskommen in der zukunft wo wir uns vielleicht noch wundern werden und ja ich wünsche euch ein schönes wochenende bis bis zum nächsten video haut rein und Tschüss Tschüss